Aber dann war es zu spät. Was niemand zu bemerken schien, sagte ein Kollege von mir, ein Philologe, war die immer größer werdende Kluft zwischen der Regierung und dem Volk nach 1933. Man denke nur daran, wie groß diese Kluft anfangs war, hier in Deutschland. Und sie wurde immer größer. Wissen Sie, es bringt die Leute nicht dazu, sich ihrer Regierung anzunähern, wenn man ihnen sagt, dass dies eine Volksregierung ist, eine echte Demokratie, oder wenn die Menschen sich zur Landesverteidigung einschreiben oder wenn sie sogar wählen dürfen. All das hat wenig, eigentlich gar nichts mit dem Wissen zu tun, dass man regiert wird. Was hier geschah, war die allmähliche Gewöhnung des Volkes daran, durch Überrumpelung regiert zu werden. Daran, dass Entscheidungen im Geheimen getroffen wurden, daran, dass die Situation so kompliziert war, dass die Regierung auf der Grundlage von Informationen handeln mußte, die das Volk nicht verstehen konnte, oder die so gefährlich waren, dass sie, selbst wenn das Volk sie nicht verstehen konnte, wegen der nationalen Sicherheit nicht veröffentlicht werden durften. Und die Identifikation mit Hitler, das Vertrauen in ihn, erleichterte es, diese Kluft zu vergrößern und beruhigte diejenigen, die sich sonst Sorgen gemacht hätten. Diese Trennung von Staat und Volk, diese Vergrößerung der Kluft vollzog sich so allmählich und unmerklich, wobei jeder Schritt, vielleicht nicht einmal absichtlich, als vorübergehende Notmaßnahme getarnt oder mit echter patriotischer Treue oder mit echten sozialen Zielen verbunden war. Und all die Krisen und Reformen, auch die wirklichen Reformen, beschäftigten die Menschen so sehr, dass sie die darunterliegende Zeitlupe nicht bemerkten, in der sich die Regierung immer weiter entfernte. Sie werden mich verstehen, wenn ich sage, dass mein Mittelhochdeutsch mein Leben war. Es war alles, was mich interessierte. Ich war ein Gelehrter, ein Spezialist. Dann wurde ich plötzlich in all die neuen Aktivitäten hineingezogen, so wie die Universität in die neue Situation hineingezogen wurde. Sitzungen, Konferenzen, Interviews, Zeremonien und vor allem Papiere, die ausgefüllt werden mussten, Berichte, Bibliografien, Listen, Fragebögen. Dazu kamen die Anforderungen in der Gemeinschaft, die Dinge, an denen man teilnehmen musste, an denen teilzunehmen von einem erwartet wurde, Dinge, die es vorher nicht gab oder die nicht wichtig waren. Das war natürlich alles ein ziemlicher Aufwand, aber es hat die ganze Energie verbraucht und kam zu der Arbeit hinzu, die man eigentlich machen wollte. Sie können sich vorstellen, wie leicht es damals war, nicht über grundlegende Dinge nachzudenken. Man hatte keine Zeit. Das, sagte ich, sind die Worte meines Freundes, des Bäckers. Man hatte keine Zeit zum Nachdenken. Es war so viel los. Der Bäcker hatte recht, sagte mein Kollege. Die Diktatur und der ganze Prozess ihrer Entstehung war vor allem ablenkend. Sie bot Leuten, die ohnehin nicht denken wollten, einen Vorwand, nicht zu denken. Ich spreche nicht von ihren kleinen Männern, ihrem Bäcker und so weiter. Ich spreche von meinen Kollegen und mir, gelehrten Männern wohlgemerkt. Die meisten von uns wollten nicht über grundlegende Dinge nachdenken und haben es auch nie getan. Das war auch nicht nötig. Der Nationalsozialismus gab uns einige fürchterliche, grundlegende Dinge zu denken. Wir waren anständige Menschen und hielt uns so sehr mit ständigen Veränderungen und Krisen beschäftigt und so fasziniert, ja, fasziniert von den Machenschaften der nationalen Feinde von außen und von innen, dass wir keine Zeit hatten, über diese fürchterlichen Dinge nachzudenken, die nach und nach um uns herum wuchsen. Unbewusst, nehme ich an, waren wir dankbar. Wer will schon nachdenken? In diesem Prozess zu leben, bedeutet, ihn absolut nicht wahrnehmen zu können. Bitte versuchen Sie mir das zu glauben. Es sei denn, man hat ein viel größeres Maß an politischem Bewusstsein, an Schärfe, als die meisten von uns je entwickeln konnten. Jeder Schritt war so klein, so unbedeutend, so gut erklärt oder gelegentlich bedauert, dass man, wenn man nicht von Anfang an von dem ganzen Prozess losgelöst war, wenn man nicht verstand, worum es im Prinzip ging, worauf all diese kleinen Maßnahmen, die kein patriotischer Deutscher ablehnen konnte, eines Tages hinauslaufen mußten. Dann sah man nicht mehr, wie es sich von Tag zu Tag entwickelte, als ein Bauer auf seinem Feld sieht, wie das Korn wächst. Eines Tages ist es ihm über den Kopf gewachsen. Wie ist das zu vermeiden unter gewöhnlichen Menschen, selbst unter hochgebildeten gewöhnlichen Menschen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, auch jetzt nicht. Viele, viele Male, seit das alles passiert ist, habe ich über das Paar der großen Maximen nachgedacht. Prinzipi ist obster und finem respize. Wehret den Anfängen und bedenkt das Ende. Aber man mußt das Ende vorhersehen, um den Anfängen zu widerstehen oder sie überhaupt zu sehen. Man mußt das Ende klar und deutlich vorhersehen. Und wie soll das geschehen? Von gewöhnlichen oder sogar von außergewöhnlichen Menschen? Vielleicht wird es ja. Und jeder zählt auf dieses Vielleicht. Ihre kleinen Männer, ihre Nazifreunde, waren nicht prinzipiell gegen den Nationalsozialismus. Männer wie ich, die es waren, sind die größeren Übeltäter. Nicht, weil wir es besser wussten, das wäre zu viel gesagt, sondern weil wir es besser spürten. Pastor Niemöller sprach für Tausende und Abertausende von Männern wie mich, als er, zu bescheiden von sich selbst, sagte, dass er, als die Nazis die Kommunisten mitnahmen, sich ein wenig unbehaglich fühlte, aber schließlich war er kein Kommunist und so tat er nichts. Und dann nahmen sie die Sozialisten mit und er fühlte sich ein wenig unbehaglicher, aber immer noch war er kein Sozialist und er tat nichts. Und dann die Schulen, die Presse, die Juden und so weiter. Und er fühlte sich immer unbehaglicher, aber immer noch tat er nichts. Und dann griffen sie die Kirche an und er war ein Kirchenmann. Und er tat etwas, aber dann war es zu spät. Sehen Sie, fuhr mein Kollege fort, man sieht nicht genau, wo und wie man sich bewegen soll. Glauben Sie mir, das ist wahr. Jede Tat, jede Gelegenheit ist schlimmer als die letzte, aber nur ein bisschen schlimmer. Man wartet auf das nächste und nächste Mal. Man wartet auf eine große, schockierende Gelegenheit und denkt, dass andere, wenn ein solcher Schock kommt, sich mit einem zusammenschließen und irgendwie Widerstand leisten werden. Man will nicht allein handeln oder gar reden. Man will keinen Ärger machen. Warum nicht? Nun, man ist nicht daran gewöhnt, es zu tun. Und es ist nicht nur die Angst, die Angst vor dem Alleinsein, die einen zurückhält. Es ist auch eine echte Unsicherheit. Die Unsicherheit ist ein sehr wichtiger Faktor. Und sie nimmt mit der Zeit nicht ab, sondern zu. Draußen, auf den Straßen, in der allgemeinen Gesellschaft, sind alle glücklich. Man hört keinen Protest und sieht auch keinen. Wissen Sie, in Frankreich oder Italien würde man Parolen gegen die Regierung an Mauern und Zäune malen. In Deutschland, außerhalb der großen Städte, gibt es vielleicht nicht einmal das. In der Universitätsgemeinschaft, in ihrer eigenen Gemeinschaft, sprechen sie unter vier Augen mit ihren Kollegen, von denen einige sicherlich so denken wie sie. Aber was sagen sie? Sie sagen, es ist nicht so schlimm. Oder du siehst Gespenster. Oder du bist ein Panikmacher. Und sie sind ein Panikmacher. Sie sagen, dass dies zu dem führen muss. Und sie können es nicht beweisen. Das sind die Anfänge. Ja, aber wie können sie sicher sein, wenn sie das Ende nicht kennen? Und wie können sie das Ende kennen? Oder auch nur vermuten? Einerseits werden sie von ihren Feinden, dem Gesetz, dem Regime, der Partei eingeschüchtert. Auf der anderen Seite werden sie von ihren Kollegen als pessimistisch oder gar neurotisch abgetan. Sie haben nur noch ihre engen Freunde, die natürlich schon immer so gedacht haben wie sie. Aber ihre Freunde sind jetzt weniger. Einige haben sich abgesetzt oder sind in ihrer Arbeit vertieft. Sie sehen nicht mehr so viele wie früher bei Treffen oder Versammlungen. Die informellen Gruppen werden kleiner. Die Teilnahme an den kleinen Organisationen nimmt ab und die Organisationen selbst verkümmern. In den kleinen Zusammenkünften ihrer ältesten Freunde haben sie nun das Gefühl, dass sie mit sich selbst reden, dass sie von der Realität der Dinge abgetrennt sind. Das schwächt ihr Selbstvertrauen noch mehr und schreckt sie noch mehr ab. Was tun? Es wird immer deutlicher, dass man, wenn man etwas tun will, einen Anlass dafür schaffen muss und dann ist man offensichtlich ein Unruhestifter. Also wartet man und wartet man. Aber die eine große, schockierende Gelegenheit, bei der sich Dutzende oder Hunderte oder Tausende mit dir zusammentun, die kommt nie. Das ist die Schwierigkeit. Wenn die letzte und schlimmste Tat des ganzen Regimes unmittelbar nach der ersten und kleinsten gekommen wäre, wären Tausende, ja Millionen ausreichend schockiert gewesen. Wenn, sagen wir, die Vergasung der Juden 43 unmittelbar nach dem »Deutscher Laden« aufklebern an den Fenstern nichtjüdischer Geschäfte 33 gekommen wäre. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Dazwischen liegen Hunderte von kleinen Schritten, von denen einige nicht wahrnehmbar sind und die einen darauf vorbereiten, vom Nächsten nicht schockiert zu sein. Schritt C ist nicht so viel schlimmer als Schritt B. Und wenn sie sich bei Schritt B nicht gewehrt haben, warum sollten sie es bei Schritt C tun? Und so weiter zu Schritt D. Und eines Tages, wenn es zu spät ist, stürzen ihre Prinzipien, falls sie sie jemals wahrgenommen haben, auf sie ein. Die Last der Selbsttäuschung ist zu schwer geworden und irgendein unbedeutender Vorfall lässt sie mit einem Mal zusammenbrechen und sie sehen, dass sich alles, alles vor ihrer Nase verändert hat und völlig verändert ist. Die Welt, in der sie leben, ihre Nation, ihr Volk, ist überhaupt nicht mehr die Welt, in der sie geboren wurden. Die Formen sind alle da, alle unberührt, alle beruhigend. Die Häuser, die Geschäfte, die Arbeitsplätze, die Mahlzeiten, die Besuche, die Konzerte, das Kino, die Ferien. Aber der Geist, den sie nie bemerkt haben, weil sie den lebenslangen Fehler begangen haben, ihn mit den Formen gleichzusetzen, der ist verändert. Jetzt leben sie in einer Welt des Hasses und der Angst. Und die Menschen, die hassen und fürchten, wissen es nicht einmal selbst. Wenn alle verwandelt sind, ist niemand verwandelt. Jetzt leben sie in einem System, das ohne Verantwortung, nicht einmal vor Gott regiert. Das System selbst hat dies am Anfang nicht beabsichtigt, aber um sich selbst zu erhalten, war es gezwungen, den ganzen Weg zu gehen. Sie selbst sind schon fast den ganzen Weg gegangen. Das Leben ist ein fortlaufender Prozess, ein Fluss, keineswegs eine Abfolge von Handlungen und Ereignissen. Es ist auf eine neue Ebene geflossen und hat sie mitgerissen, ohne dass sie etwas dafür tun mussten. Auf dieser neuen Ebene leben sie. Sie leben jeden Tag bequemer, mit neuer Moral, neuen Prinzipien. Sie haben Dinge akzeptiert, die sie vor fünf Jahren, vor einem Jahr nicht akzeptiert hätten. Dinge, die sich ihr Vater, selbst in Deutschland, nicht hätte vorstellen können. Plötzlich bricht alles zusammen, auf einmal. Sie sehen, was sie sind, was sie getan haben, oder besser gesagt, was sie nicht getan haben. Denn das war alles, was von den meisten von uns verlangt wurde. Dass wir nichts tun. Sie erinnern sich an die ersten Sitzungen ihres Fachbereichs an der Universität, als wenn einer aufgestanden wäre, vielleicht auch andere aufgestanden wären. Aber niemand ist aufgestanden. Eine kleine Angelegenheit, eine Frage der Einstellung dieses oder jenes Mannes. Und sie haben eher diesen als jenen eingestellt. Sie erinnern sich jetzt an alles und es bricht ihnen das Herz. Zu spät. Sie sind unrettbar kompromittiert. Was dann? Dann musst du dich erschießen. Einige haben es getan. Oder ihre Prinzipien anpassen. Viele haben es versucht. Und einigen ist es wohl auch gelungen. Mir allerdings nicht. Oder sie müssen lernen, den Rest ihres Lebens mit ihrer Schande zu leben. Letzteres ist das, was unter den gegebenen Umständen dem Heldentum am nächsten kommt. Scham. Viele Deutsche wurden zu dieser armen Art von Helden. Viel mehr, denke ich, als die Welt weiß oder wissen will. Ich sagte nichts. Mir fiel nichts ein, was ich sagen konnte. Sobald der Krieg begann, fuhr mein Kollege fort, brachten Widerstand, Protest, Kritik, Beschwerden eine vervielfachte Wahrscheinlichkeit der größten Bestrafung mit sich. Mangelnder Enthusiasmus oder das Versäumnis, ihn in der Öffentlichkeit zu zeigen, war Defettismus. Sie gingen davon aus, dass es Listen mit denjenigen gab, die später, nach dem Sieg, behandelt werden würden. Auch hier war Göppels sehr geschickt. Er versprach immer wieder eine Siegesorgie, um diejenigen zu erledigen, die glaubten, dass ihre verräterische Haltung unbemerkt geblieben sei. Und er meinte es ernst. Das war nicht nur Propaganda. Und das reichte aus, um alle Unsicherheiten zu beseitigen. Sobald der Krieg begonnen hatte, konnte die Regierung alles tun, was notwendig war, um ihn zu gewinnen. So war es auch mit der Endlösung der Judenfrage, von der die Nazis immer sprachen, die sie aber nie in Angriff zu nehmen wagten. Nicht einmal die Nazis. Bis der Krieg und seine Notwendigkeiten ihnen die Gewissheit gaben, dass sie damit durchkommen würden. Die Menschen im Ausland, die glaubten, dass ein Krieg gegen Hitler den Juden helfen würde, haben sich getäuscht. Und die Menschen in Deutschland, die nach Kriegsbeginn noch daran dachten, sich zu beschweren, zu protestieren, Widerstand zu leisten, wetteten darauf, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Es war eine lange Wette. Nicht viele haben sie überlebt. Es ist nicht so alt. Untertitelung des ZDF, 2020